So meine Damen und Herren, hier an Tisch Nummer zwei hier, PVP Open in Freiburg. Hier spielt jetzt ein Elitespieler gegen einen Amateur. Auf der linken Seite haben wir den Elitespieler Thomas Preisinger, auf der rechten Seite den Amateur Gilles Perrin. Thomas mit 30-jähriger Kicker-Erfahrung wird das Spiel dominieren vermutlich. Gilles Perrin ist auch noch nicht da, er hat ein bisschen Angst, meine Damen und Herren. Der hat ein bisschen Angst. Ja, mal schauen. Aber ich sehe schon, ich sehe schon, der Psychologe ist gerade auf dem Weg nach draußen, baut ihn auf. Er wird in den nächsten zwei Minuten hier auftauchen. So, meine Damen und Herren, jetzt bin ich wieder zurück hier auf der rechten Seite. Gilles Perrin ist mittlerweile da. Doch, er sieht gut erholt aus, meine Damen und Herren. Gilles Perrin hier auf der rechten Seite aus der Schweiz ist gefürchtet für seinen Superjet, meine Damen und Herren. Auf der ganzen Welt fürchten sie ihn für den Chat. Bei Rechtslang- und Außenmann tut er sich noch ein bisschen schwer, aber er hat er übt. Gilles, spiel mal, Chat. Komm, einmal für die Kamera. So, der Discher, der Discher, der Discher, der Discher, Tisch 12,9. Amateur Einzel. Amateur Einzel, Tisch 5. Richard Degots gegen Bas Morken. Morken Degots, Tisch 5. Amateur Einzel. Vielen Dank. 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 Gut, wenn es mit dem Chat nicht funktioniert, muss man es halt mit dem Pinshot machen.